So, ich komme gleich zu dir. Ich brauche noch gleich ein paar... Kann es sein, dass Birkensetzlinge seltener sind? Ja. Das ist echt uncool. Ich finde hier nämlich tausende normale Setzlinge, aber keine Birken. Und normale Setzlinge haben wir genug, davon brauchen wir nichts mehr. Der ist da rein. Der ist da rein. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Danke. Ich glaube, ich brauche sogar nur zwei. Ich brauche drei. Shit. Zack. Du hast recht. Das Zuckerrohr wächst schnell. Mega, ne? Das wächst mega schnell. Ich brauche mehr. Verdammt. Zack. Zack. Ich brauche drei. Eins, zwei, drei, vier. Vier brauche ich für drüben. Okay. Zack. 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 Das heißt, noch zwei hier und vier drüben. Okay. Reicht das an Holz? Zwei hier und vier drüben. Sechs. Reicht. Ich darf es noch mal... Nee, die behalte ich. So. Alter, ist das denn ernst? Da ist noch ein Birken-Sepsling. Äh, Sepsling. Ja, Sepsling. Ja, Mann. Birken-Sepsling. Mhm. Ja. Birken-Sepsling. Da oben ist noch einer drauf. Habe ich gesehen. Da ist noch einer. Habe ich gesehen? Na. Da ist noch einer. Yeah. Da ist auch noch einer. Komm ich dran? Ähm. Das wollte ich jetzt wirklich nicht. Alter Schwede. Ich habe gerade jetzt was abgebaut. Und gleich wachst du ein Peinens. Na, von ihm. Zwei Zuckerrohr. Ja, sag ich ja. Wächst mega schnell, ne? Das wächst mega schnell. Ich habe das Gefühl, gleich sind auch schon wieder ein paar Bäume gewachsen, wenn ich da hier einmal rumstehe. Hast du die Tick-Wade hochgestellt? Nein, wirklich nicht. Ich habe nichts an dem Server geändert. Das ist ganz normaler Minecraft-Server. Mit der Skyblock-Map. Lol. Das ist krass, ne? Ich denke, das liegt irgendwie an dem Schnee halt. Äh, äh, äh. An dem Sand. Maxi-Rede. Deutsch. Nicht irgendwas anderes, was dir in den Sinn kommt. Du nicht bringen gelernt haben bei Yoda. Echt so, ey. Doch haben. Nicht tun. Tun. Döner. Und Döner, wer sollte das? Wie es jetzt? Brauche ich so viele Exs im Inventar? Hatte ich nicht. Nee. Ich auch. Bestell dir einen. Ja, nee. Nee. Irgendwie will ich das nicht. Äh, das behalte ich mal. Kloster wollte ich zurückpacken. Und den Kloster. Und dahin. Zucker nicht nach unten, Flo. Äh, nicht nach hier oben. Zucker kommt nach unten. Hä? Oder hab ich den da reingepackt? Hä? Oder hab ich den Zucker da reingepackt, Flo? Schon wieder fast alles auf dem zweiten Level von Zucker, Flo. Äh, von Zucker, Flo. Mann. Magst du dir lernen reden? Nö. Okay. Mann. Warte, wie weit ist unser Weizen? Oh, wir haben wieder ein bisschen Weizen. Dann könnte ich wieder ein bisschen was essen. Und Kürbis ist im Gewachsen, Flo. Vier Stück. Ja, jetzt brauchen wir noch Eier. Ach, Eier brauchen wir? Wir haben einen Kuchen, damit wir jetzt können. Ah. Oh, ist alles noch nicht fertig gewachsen. Scheiße. Du musst dann, wenn du F3 guckst und auf die Pflanzen guckst, wenn da steht, im Alter 7, dann sind die ausgewachsen. Wo steht denn das? F3 und dann wenn du auf die Pflanzen guckst. Ja. Rechts die Seite. Ah, rechts. Okay, danke, Flo. Wenn du mir sagst, es steht da. Dann weiß ich nicht, wo das da steht. Weil das sind ein paar mehr Informationen. Gucken. Suchen. Halt die Frette. Will ich nicht. Ich bin immer überlegen, ob wir einfach mal, ähm, so nicht, damit wir, ich mein, Eier bekommen, können wir gar nicht, oder? Äh, dass wir, dass wir mal gucken, ob wir irgendwie uns, ja klar, hört sich jetzt scheiße an, aber uns Tiere herbeicheaten. Über, ja, Eier. Weil das, ich würde sagen, ich würde sagen, das würde unsere Insel auch ein bisschen beleben. Und dann können wir auch Kuchen machen und Bücher und haben Tiere. Also, das Achievement, also nur, wenn wir dadurch, also nur für Nicht-Achievements. Ich hätte Wasser mitbringen können, oder? Ja. Guck mich wieder. Äh, jetzt zum Beispiel das Achievement mit der Wolle und so. Mit dem Bett bauen, das würde ich sagen, machen wir halt trotzdem noch, ohne, äh, das, äh, ohne die ercheatete Wolle, also ohne die ercheateten Tiere herbeizuholen, weißt du? Ohne die Wolle zu nutzen, das machen wir alles nur mit Strings. Ja. So wäre das besser, finde ich. So hätten wir genug, ähm. Mir fällt das Wort gleich ein, warte. So hätten wir halt, äh, Tiere auf der Insel. Aber wir würden halt nicht cheaten, was die Achievements angeht. Oder die Challenges. Das heißt, ja, wir cheaten nicht für den Erfolg. Sondern nur, damit die Insel bewohnt da wäre. Hast du die Pfeile und den Bogen da rausgenommen, oder hatten wir nur einen Bogen? Hast du die ganzen Pfeile und den Bogen rausgenommen, Flo? Eigentlich, die ganzen Pfeile habe ich nicht rausgenommen. Das sind jetzt aber nur noch zwei drin und die habe ich da reingepackt gerade erst. Lol. So, ich mache mal kurz eine unendliche Wasserquelle. Ich habe mich gerade hier verbaut gehabt. Hast du es? Ja. Das war eine neue Blöcke. Eins, zwei, äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ist richtig, ne? Ja, ich hatte vorher einen weiter nach, hier, Maxi. Ja. Guck mal nach oben. Ja, hier oben schneit es, ich weiß. Aber du hättest gar nicht dieses. Doch, klar. Das schneit nur hier oben. Ja, trotzdem hätten wir durch Schnee gekommen. Ja gut, klar. Das Nutz ändert aber nichts daran, dass wir unten keine Schneebänder bauen könnten. Ähm, ist das richtig? Ja, das ist richtig, ne? Ja. Warte, ich wollte hier eine unendliche Wasserquelle machen. Hä, müssen, Flo? Hm? Muss das dann nicht so hoch sein? Wie? Sodass die Tiere hier drauf spawnen, äh, die Monster hier drauf spawnen und dann hier runterfallen? Ja, aber wenn das nur ein Block hoch ist, können die wieder hoch springen. Wie? Was? Nochmal. Wenn da ein Block ist, können die einfach wieder hier so hoch. Das heißt, wir müssen das so hoch bauen. Ja, weil dann können die nicht, machen die ganze Zeit so hoch. Aber ich meine, dann muss das trotzdem auf der Höhe sein, oder nicht? Ja. Okay, gut. Ja, ja, das war meine Frage. Herr, bau das noch nicht zu. Wir können auch von hier aus jetzt hier oben zubauen. Dort runter spawnen ja eh keine Monster. Doch, spin. Nein. Achso, nein, das ist in der Fuck-In-Flo. Wust. Ich bin an einer Spawn-Höhe von einem Block und einer Breite von zwei. Ich weiß. Zack und zack. Und... Zack und zack. So, das hätten wir. Ähm, Flo? Ja? Du hast das ein zu lang gebaut auf den anderen Seiten. Ich weiß. Ich weiß. Ja, das wollte ich nicht. Nein. Das heißt, das muss zu. So. Das heißt, das muss zu. Ich bau das gleich ab, aber du machst schon mal weiter. Mach ich gerade. Okay, gut. Hier ist richtig, ne? Ja. Was ist das passiert, baue ich auch nochmal ab. Vielleicht muss ich mir gleich eine neue Spitzhacke geben. Ich weiß es nicht. Möglicherweise. Ich kann die Farben von hier oben sehen. Ah, hier sind wir im Biom namens Plains. Flachland. Kannst du mir einen Spitzhacke geben? Bitte. Danke. Äh... Ja. Wow. Das ist hier sehr flach, Flo? Finde ich. Siehst du? Hier überall die Grasflächen. Die Wiesen. Und zack. Nice. Nein, nein, will ich bauen. Ja, ich hab einen Block gebaut. Ja, ich hab mehr gebaut. Aber warte. Hier, komm. Oder halt nicht. Ähm. Ich hab Hunger. Ähm. So, das ist... Die unendliche Wasserquelle brauchen wir auch nicht mehr. Hab ich nicht. Ich hab nichts mehr. Gut. Oh Gott. Ein kleiner Fingerstift ein. Ih. Nein. Warum will ich das rohe Hühnchen essen? Das kann ich braten. Äh... Ich brauch mal die andere Seite. Zack, 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 zack. Wollen wir noch eine Etage da drüber machen, Flo? Oder nur diese eine behalten? Ja, nur diese eine. Okay. Fast dann müssen wir es noch später erweitern, aber... Stimmt. Wie hoch machen wir es? Vier oder drei? Ich würd vier eher sagen. Wir brauchen nur zwei Blöcke zum Spawn. Naja, aber Endermänner brauchen wir auch noch. Das heißt, mindestens drei für Endermänner. Da würd ich sagen, vier, damit es halt ein bisschen größer ist auch. Ja, aber toll. Wie sollen die Endermänner hier runterfallen? Wenn die ins Wasser fallen, teleportieren sie sich wieder rum. Egal. Es kann ja sein, dass sie sich dann... ...hier hin teleportieren und dann fallen sie runter. Das passiert eher seltener. Möglich ist es? Wir machen es vier hoch. Zuck. Jetzt haben wir drei, ne? Ist das... Ja. Vier hoch und fünf ist dann Dach. Hallo. Zwei noch hoch. Weil dann auf die Fünfer-Ebene kommt halt das Dach. Hab für uns da einen mehr. Ich hab auch noch 47. Farmen! Wui! Viel Spaß! Hey, wir können hier auf dem Dach dann die Schneemänner bauen. Können wir auch hier unten... Schneemänner können wir nur in der Wüste nicht bauen. Nein, Flo. Ich hab... Ich weiß nicht, in welcher Folge das war, aber ich hab'n Schneemann mal gebaut. Und der ist verschwunden. Ich zeig's dir. Warte. Vier davon brauche ich und einen Kürbis. Moment. Vier? Äh... Warte. Ja, weil du auch noch einen baust. Damit du siehst, dass es bei dir und bei mir nicht funktioniert. Ich zeig's dir erstmal. Also es hat jedenfalls nicht funktioniert. Guck, er stirbt. Ja, durch den Regen. Bau ein. Als ob. Er sieht so süß aus. Hallo, kleiner Wein. Hallo. Das ist... Hä, wie behindert ist das denn? Hab ich meinen Kürbis nicht mehr? Oh, mein Kürbis ist weg. Dann, ja. Dann baue ich jetzt vier Schneemänner. Warte, noch mehr. Ich hab noch mehr. Hier ist noch Kürbis. Nein, zwei sogar. Oh, dann baue ich jetzt noch sechs Schneemänner. Und dann bedache ich das da vorne. Damit da kein Regen kommt. Genau. Weil Schneemänner kann nur... Ähm... Guck, der läuft ins Wetter und kriegt Scharen. Auf ins Wasser zu laufen, du Lappen. Äh, geh runter. Nein, hör auf den... Nein. Er läuft, läuft. Nein. Nein. Geh dir weg, du Baumfarm. Da kannst du hin. Meinetwegen. Idiotischer. Scheiß. Schneemann. Eins. Ups, nein. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Zack. 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 Unsere Schneemänner-Armee. Fünf. Flo. Guck mal. Sie standen... Nein, Schneemann, nicht ins Wasser. Sie standen gerade einfach alle in einer Reihe, als ob sie so auf dein Befehl warten. Das sah so cool aus. Das sah so verdammt cool aus. Gut, dann mache ich jetzt hier oben eine Bedachung drüber. Was ist welcher Höhe denn? Ist der? Ja, die Höhe nehme ich. Dennis! Ich darf nochmal hochlaufen. Hip, hip. Tja, Max, dir kenne ich mich da auch noch besser mit Minecraft aus als du. Ja, das ist nicht schweres. Ich spiele Minecraft da gemein ja nicht. Nicht wirklich. Ich auch nicht mehr. Wenn ich nur noch Mod-Pack so richtig. Ja, siehst du? Weil das in der Regel von Minecraft normal auch mit inbehalten. Ja, weil ich viel. Das ist ja egal. Sie sind da. Also das eine, zum Beispiel Sky Factory, das ist komplett anders. Ja und? Das ist jetzt ein Mod-Pack. Äh. Oh, dein Ernst! Da kann ich keins bauen. Warte mal, wenn wir nicht, kann ich. Ja. Perfekt. So. Klappen wir das runter, dann klappen wir das runter. Klappen wir das runter. Klappen wir das runter. Ups. War's grad bei dir, der Zug? Hä? Warum hab ich grad nen Zug gehört? Da war kein Zug. Ich hab grad nen Zug gehört. Da war aber kein Zug. Ich hab aber grad nen Zug gehört. Da war immer schon dieses vollen, ähm, Untergrundgeräusch von Minecraft. Nein, ich hab nen Zug gehört. Halluzinierst du das? Nein, das hat sich angehört wie nen Zug. Da war aber kein Zug. What? Maxi, halluzinierst wieder rum. Ich glaub, so langsam werd ich verrückt, ey. Hast du wieder schon Drogen genommen? Nee. Was heißt denn, wieder schon Drogen genommen? Keine Ahnung. Zu viel getrunken, zu viel geraucht. Nee, beides nicht. Wie weit ist überhaupt deine 4,5 Liter flastischen Beben? Hälfte. Erst. Ohne Scheiße, ey. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ich hab Steine übrigens. Ich auch. Also, normale Steine. Daraus werd ich jetzt Ziegelsteine machen. Das heißt, wir haben Ziegelsteine. Können wir aus Ziegelstein Slabs machen? Ich glaub nicht, oder? Doch, es gibt Ziegelsteinstufen. Cool. Egal. Ich brauch ein paar mehr Steine. Ich brauch mehr Slabs. Das ist die Schneemänner-Überleben-Flores-Mission Nummer 1. Kein Schneemann darf jemals sterben. Ist aber schon. Nie wieder.